Ja, herzlich willkommen an diesem herrlichen sonnigen Mittag hier in der Outdoor Küche und heute gibt es was Leckeres wieder aus dem Dutch Ofen und zwar einfach ein Hähnchen und wie wir das zubereiten, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Reinschauen. Ja, heute ein leckeres Brathähnchen mit Gemüse aus dem Dutch Ofen. Alles was wir dazu brauchen ist natürlich ein lecker gewürztes Hühnchen. Ich habe hier noch ein paar Kartoffeln und Zwiebeln und Paprika. Gewürzt ist das Hähnchen mit Brathähnchengewürz, dann natürlich mit Pfeffer. Und noch mit Salz, denn Salz werde ich nachher auch noch für die Kartoffeln dazugeben. Zuallererst mache ich Olivenöl in den Topf, damit das nachher nicht unten anhängt. Die Empfehlung ist auf jeden Fall mit viel Oberhitze hier zu arbeiten. Dann lege ich das Hähnchen auf den Rücken in den Topf. Anschließend drapiere ich die Kartoffeln und die Paprika und die Zwiebeln um das Hähnchen herum. Die Kartoffeln werde ich dann mit Salz noch ein bisschen salzen und gebe zum Schluss noch ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Wasser hinzu, damit das Ganze nicht anbrennt im Dutch Ofen. Dann wenn alles im Ofen geschichtet ist, noch ein bisschen Wasser dazugeben und noch ein wenig Salz für die Kartoffeln. So, jetzt habe ich mir hier drin alles lecker angerichtet. Jetzt nehme ich den Dutch Ofen mit nach draußen. Ich habe mir meine Kohlen schon vorgeheizt. Und dann sehen wir uns gleich draußen. Ja, das Hähnchen liegt im Dutch Ofen mit allem, was dazugehört. Man hört im Hintergrund, dass ich ja wirklich draußen bin. Das heißt wirklich, hier ist die Outdoor-Küche auf jeden Fall. Ich habe mir noch mal ein paar Kohlen vorgeheizt, die ich in so einer halben Stunde noch drauflegen werde. Da werde ich auch noch mal in den Topf dann reinschauen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich. Ja, nach einer Stunde habe ich jetzt mal in den Topf reingeguckt und musste mit Erschrecken feststellen, weil ich zwischendurch auch gar nicht an der Grillstelle, an der Outdoor-Küche zugange war, dass die Kohlen ganz schnell klein geworden sind. Da war die Glut schnell weg. Deswegen habe ich jetzt noch mal neue Glut angeschmissen, beziehungsweise ich habe neue Kohlen angeschmissen, die zur Glut werden und die jetzt noch mal sowohl unten drunter als auch auf dem Topf drapiert und werde das Ganze noch mal eine halbe Stunde köcheln lassen. Dabei allerdings im Auge behalten, weil eventuell noch ein bisschen Wasser dazu muss, damit das Ganze nicht schwarz wird. Und wie das gleich aussieht, das zeige ich euch. Bis gleich. Ja, jetzt habe ich noch mal das Ganze eine halbe Stunde bei neuen Kohlen, bei neuer Glut noch mal ein bisschen heizen lassen. Jetzt gucke ich noch mal in den Topf hinein, gucke mal, wie das Hähnchen geworden ist und dann wird gleich lecker gegessen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann schreibt die einfach hier unten rein in die Kommentare. Dann beantworte ich die sehr gerne. Oder drehe noch einen Film dazu. Am besten abonniert ihr den Kanal, dann seid ihr immer dabei, was es Leckeres in der Outdoor-Küche gibt. Und ich sage tschüss und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.